der solche mit romantisches Labor so ob er jetzt aktivieren er ist nur um manchen romantisches Labor der HB aktiviert ich habe mit dem Gleimau jetzt ich habe ich habe sechs von sieben warte mal sechs von sieben wurde jungen mit einem ach die kann man aktivieren und dann stehen gehen ach so guck mal ich habe jetzt rechtsklick drauf gemacht jetzt steht das unten über der Dings ja ich habe alle gleich reingemacht jetzt habe ich 30 Stück davon ah ja gut ich habe auch 30 aber bringt das jetzt mehr weiß ich nicht aber ich hatte ja vorher schon welche ich auch wir können jetzt Level plus eins machen schwache Trankkiste habe ich hier gerade erhalten muss ich gerade mal nur angehen sorry erledigt so fein da gut check ich mich mit Boden jetzt mal auf Zeit hier ja ja eh hallo der lädt noch ja meiner lädt da auch noch ich glaube ich wieder im anderen Gebiet so abmarsch meinst du ja schickifuckifuck ist das andere die Hauptquest hier oder ach so der nimmt die selber ja die Hauptquest ist da ja ach so den hatte ich nie ja schon was ist denn du hier das nervt dir ja in der Aufnahme Essen ist verboten ja in der Aufnahme Essen ist verboten ich sage das das hört sich ja furchtbar ja ich bin ja da da hier ist aber nischt ich bin ja noch nicht benutzt du hast den Namen doch geklaut du heißt Alera der heißt Alera die heißt Elera ist trotzdem geklaut alles geklaut okay du wirst doch dass es ihn nicht interessiert Alter Alter hier Loot 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 er loot ich das soll mal so lange brauchst mit den Gegnern nochmal annehmen so was machen wir jetzt Goldmannsdorf Goldmannsdorf ach so und wir werden wieder zurück oder was liest du da noch was einen Moment was einen Moment lass dich nicht ablenken spiel na still spiel ah das Volker was man wir hatten zwei Quests ja und da auch eine Talisman-Kiste riecht mit Krendal Kiste öffnen öffne sie nicht öffne die Kiste öffne die Kiste öffne die Kiste öffne die Kiste es ist naja ein Stern deine Falle es ist eine Falle so ich spreche jetzt mit Krendal im Goldammerdorf und dann müssen wir jetzt wieder da hin die Anfragetafel Kavkas Anfragetafel viel Spaß lassen mit dem Sprechse ich wünsche dir äußerst viel Vergnügen ja kaufka hat's schön up zur Kavkas schlug Kavkas Kavkas Was ist denn mächtig modisch? Anfragen? Anfragen findest du? Oder den denkst du? Deine der ausgezählten Anfahrt haben eine Belohnung zerhalten. Besorge Kapuzen der Kraftkraftwiderschaft in der Kraftkraftruppe 20 mal. Ja okay. Kann noch nicht berücksichtigen. Dafür haben wir... ...having nightly. Vertraubbar, das ist nur Sonntagsschaften vor, oder was? Nee, Samstag bis Sonntag. Was geht denn? Lass uns hin! Du den Ding gleich? Ja. Was? Oder was meinst du? Naja hier, besorge Kapuzen und so. Besorge Kapuzen. Ja gut, wir können ja erstmal mit Schmaller sprechen, der hier steht, der hier ist so rumstehen. Okay, ich spreche, danke. Möte etwa? Wiege verdächtiger Gläubiger. Gute Heise. Du kommst zu spät. Achso, ist in der anderen Richtung. Egal, dann gehen wir erstmal da lang. Achso. Okay. Lüder, schau. Was ist denn da? Boah, das ist aber heute Morgen. Achso. Naja. Noch nicht bereit. Ja, wir kommen sogar an was vorbei, also können wir auch schon mal... Hier vorne ist jeden Tag drin. Da, du darfst vorgehen. Cool. Auf diesen bitte. Da, 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 da... Au? Haben wir welche bekommen? Nein. 1 von 20, hab ich... Ich hab gar nichts. Ich kann ja lange dauern. Hahaha. Yay. Boah, die Schaden... Ey, boah. Weißt du, warum die so viel Schaden machen? Warum? Die Stimme sind 20. Wir machen so keinen Schaden. Dann lass dich mal angreifen. Hahaha. Cool. Ja. Durch, Alter. Ang es. Ang es. Wie kommt man sich denn noch ein? Wie cool. Ey, 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 ey. Wir haben zwei Roulettes. Warte, warte. Okay. Zwei Roulette. Zwei Roulette? Geil. Wir haben zwei Roulette. Wow, und Lebensdrang. Und was noch? Ich hab XP. du Arsch und so ein Scheiß Einhorn na ja so ein Scheiß Megafon im 20 meine Fresse ich hab schon sieben ja weil ich hab sie ja zu sieben so ne Sauerei ich hab sieben jetzt hab ich acht ich mach am wenigsten ey was sagst du am wenigsten ich mach auch das macht Enrico immer geil hier 1000 XP leckt mich am Popo komm gleich an die mir ich glaub die kleinen Viecher die sammeln das alles weg Mann warum bin ich denn schon wieder im anderen Kanal weiß ich nicht ich auch nicht ich muss die erstmal in die Stadt kommen müssen tue ich ja nichts Freundchen ja jetzt hab ich auch welche Magierwürfel 4 von 20 was ist das hier so da 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 Wer ist denn Schattenjäger? Hilfe! Hilfe! Schattenjäger bin ich Da ist schon ein komischer Typ da Ah jetzt bin ich tot Bist du tot? Die sterben ja andauernd Ich merk schon Und du erzählst mir diesen weiter Da kann irgendwas nicht hinhauen Du wir sind weiter Aber wir sind noch nicht so stark Nee Ja Nee, dann seid ihr auch nicht wirklich Ja Ich sag dazu nichts mehr Wird mir jetzt echt zu blöd mit euch Du sag dazu nichts Ja, der wirkt mir zu blöd So Ich hab hier was Westliche Muskete Boah Meine Fresse Warum kann ich die westliche Muskete nicht bergen? Das ist doch kacke Aua So, das geht jetzt die ganze Zeit so weiter Also ich hab voll und du? Äh, ich hab 11 und 20 11 Warum sammelt dein Vieh die nicht mehr ein? Oh, komm weg Äh, doch sammelt die ein, wenn welche rumliegen Aber irgendwie in Lagen greift keine rum Das ist nur für dich denn Achso Röthi, ich bin schon mal weiter, ne? Ja, lass mich doch Lass mich alleine 12 und 20 Oh, Mann Du kommst dann nach Asparon Wenn du so weißt Bei mir lagen gerade so viele rum, ey Ja, wenn du die Quest dafür hast Äh Uff da, jetzt hat's mich erwischt Oder hast du dich schon? Ich hab keine Ahnung Ich bin gerade im Inventar Okay Ah, da liegt was rum Toll, jetzt muss ich selber aufheben Doch, lass mal anfangen Warte, da liegt noch was Ne, kleines Vieh wieder beschwören Ach ja, Stufe 27 Kein Wunder, dass wir so schnell sterben Ach 16, 20 Was heißt ja, Mensch Du wirst dich doch nicht angreifen Hab ich dir schon mal gesagt Die ganze Agro zieh ich auf mich Ja Du bist ja auch hier der Tank Ich bin kein Tank Er ist also ein Tank, okay Ja, mehr als ich 18 von 20 Oh my God Oh my God Warte, hier, ich mach's alle kaputt Daniel Die sterben andauern Bist du schon wieder gestorben? 20 von 20 Weg, weg Schnell weg Nicht ziehen weg Nein, er hat mich gestunnt Ja komm jetzt Auf dein Reitier, los Kann ich doch nicht, wenn ich angegriffen werde Außerdem mach ich mal ein Reitier nicht im Inventar unten liegen Ja auch nicht Und? Reicht doch, wenn wir irgendwo hingehen Auf dem Ding Korrekt Warte, ich probier's mal Hingehen Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Sprich Kafkas Balken Kafkas Kordel Jetzt hab' ich auch Sprich Level zu niedrig Oh, Level 26 So Was ist los? Was war' Ich hab' ein Item Level 26 Wo ist'n Asperon hier? Das ist natürlich Du musst zu diesem Genau in der Mitte In der Stadt Erledigt Du bist so'n Porter So, besiege Verrächtiger, glaube ich Großen Porter Ach, da ist Asperon Wart, wart, wart Wo ist denn ein bisschen Goldämmer drauf? Äh, das ist du Da musst du um die Karte Und musst dann hoch zu Kafkas So und so Was? Kafkas? Musst dich hinterher portieren Zu Kafkas So und so Ja, ja Kafkas Achso Erst beim Portal ist mal ein Kisten hier stehen Yeah Ach, Kafka Kafkas Schloch Ja Erfolg Erfolg Äh, Selizi Wo bist du eigentlich? Ich bin im nächsten Dorf Du musst jetzt die Stadt da Die komischen drei Leute anquatschen Und dann kommst du hier Nee, ich muss hier erstmal Bolton anquatschen Ja, ich hab' ja die drei Leute da Das ist ja Das ist ja Kafkas Münze Was können wir damit machen? Gegen Objekte eintauschen Die in lokalen Münzläden verkauft werden Ach, hier drüben ist was Man kann sich sowas kaufen Das geht auch nicht Man kann sich andere Münzen damit kaufen Ich brauch mich nicht bewegen Denn der macht's an meiner Rad, da, da, da Frodo, der fichst ist Level 29 Ah, okay Damit kann man sich später Ausrüstung kaufen Eigentlich müssten wir mal hier So die ganzen Händler abklappern Was die alles so für uns haben Frodo, der fichst Level 25 So, wo jetzt hin? Das saust du Ich hab nur noch Ich hab nur noch eine Quest übrig Ja, ja, ich auch nur noch. Besiege, bla, irgendwas. Ja, ja, ja. Müsst ihr Kafka-Kapuzen sammeln? Haben wir gerade gemacht. Haben wir gerade gemacht. Ich fand's nicht schön. Ja. Oh, hier. Oh, hier. Was hat man denn noch so für Quests? Ja, die sind ja auch Level 23 jetzt wieder, ey. So eine Sauerei. Enrico und so. Ja, wir sind jetzt weiter als hier. Ja. Meine Quest heißt, was ist dein Begehren? Ja, so ein Pipifaxi, ey. Ja, das ist jetzt wirklich... Brich mit. Achso, wir sind schon fertig. Ja. Gehen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Immer dieses Hin und Her. Hier könnt ihr auch noch ein Stück. Die fand ich schön einfach. Da sind wir nicht gestorben. Nee. Erledigt. So, was jetzt? Sprich mit Gränderau. Oh. Erledigt. Sprich mit... Och, immer hin und her hier, ey. Warum geht der jetzt da hin? Oh. Das ist... Oh, Christ. Annehmen. Auch eine? Nein. Wo ist denn das... ...Gold... ...Dämmerdorf? Ein Kafkas-Schluch. Da war ich jetzt nämlich. Du musst dich dahin teleportieren. Mit dem... Der große Teleporter, nicht die kleinen, sondern den großen. Ja, ja. So, was machen wir jetzt? Der hat mich auch zum großen... Ach, da ist die Kafkas-Schluch. Zerstören. Erstmal hier die Quest hier machen. Waren wir da nicht schon mal? Zerstören, okay. Ja. Dann müssen wir wieder zurückgehen. Da waren wir schon mal. Warum gehe ich jetzt da wieder hin? Zügel am Goldmannsdorf. Das ist doch kacke. Neu-Quest. Keine Ahnung. Das ist doch Bullshit. Ah. Anfra... Oh. Hier sind gleich zwei Fragezeichen. Binnen. Nehmen wir gleich alles. Binnen. Binnen. Bin ich angegriffen? So, Sammeltraut von gescheiterten, experimentellen Gulen. Immer noch null verbreitet. Ne, das habe ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo der ist. Ich muss ja den... Ich muss ja meinen Tug mal wieder ausmachen. Ach, warst du auch gestorben? Ja, ich war ja auch Tug. Genau da waren wir. Also, ich habe jetzt einmal... Warst du schon? Ja, ja. Was ist dein Begehr? Hast du die auch? Sprich mit... Warte, ich nehme mir gerade was an. Mächtig modisch. Besorge Kapuzen von Kafkas Bruderschaft in Kafkas Schlucht. 0 von 20. Mhm. Das ist das, was ich jetzt habe. Was nochmal? Sorry, ich habe nichts zu sagen. Besorge Kapuzen von Kafkas Bruderschaft... Bruderschaft. Ja. Das ist das Einzige, was ich habe. Achso, und was ist dein Begehr? Hast du nicht, ja? Das ist... Die kriegst du direkt in dem Dorf da. In dem Gold. In dem Dorf. Gleich am Anfang müsstest du die eigentlich bekommen. Neben... Neben dem... Neben der Tafel. Müsste einer rumstehen. In der Tafel ist ja Vakena, der mir eine Quest gibt. Hast du denn noch eine alte Quest, die du machen musst? Bring nächstes Mal mehr Geld. Kann ja nicht, wenn keine andere dir angezeigt wird. Naja. Noch weniger vegan. Ich geh jetzt einfach drauf. Morn. Drei Quests auf einmal. Na, fangen wir mal von unten an. Fangen wir mal an hier. Einfach mal hier alles kaputt zu machen. Hole irgendwas. Wo muss ich denn da hin, um die scheiß Quest mal zu erledigen? Kriegskammer aus dem Verlassenbehälter. Hier, ist schon was hier? Ah, hier. Komische Spinnen hier und so. Ne, die spinnen gar nicht. Doch, die Spinnen werden bei mir auch angezeigt. Boah, ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, mit Level 29 hier nochmal hinzukommen. Ich bin nochmal kurz weg. Ah, okay. Ja, ich werde hier eine komische Quest mal fertig haben. Wenn du die nicht hast, dann muss ich die... Na, hab ich irgendwas... Ah, ich hab eine Quest vergessen noch. Erledigt. Ne, doch nicht. Sonst bin ich ja hier noch 80 Jahre... Hole rein als Ringen, besiege Triaden. Was denn du, die Spinnen, verstehen wir? Ja, die Spinnen hatten bei mir so einen Pfeil drüber. Ich weiß nicht, was die bedeuten. Gar nix. Das ist ja bloß ein Ausrufezeichen bei mir hier. Ne, bei mir haben die auch so einen Pfeil drüber. Hast du mehr Quests, oder? Ne, ich hab von der drei Quests angenommen. Der eine ist schon fertig. Welche ist fertig? Das letzte, das hatte ich gerade jetzt schon abgegeben. Ey, guck mal hier. Komm, den greifen wir an hier. Was ist das für einer? Ein Goldhorter. Ja, ist ja wie bei Diablo. Los, der wandert sich. Alter, der hat ja einen Haufen. Da! Was ist hier? Der hält mich fest. Verdammt, wie geht man noch mal in den DeVillian rein? V. V? Oder du klickst einfach auf dein Level. Zu spät. Ja, da läuft er. Ah, was jetzt? Ich bin tot. Ich bin auch gestorben. Haha, die sterben schon wieder. Auf mein Level? Warum ist denn der wieder voll? Zu wenig drauf. Komm jetzt, ey. Den kriegen wir mal. Der ist schon halb runter. Der ist wahrscheinlich voll, weil wir beide gleichzeitig gestorben sind. Nein. Aber jetzt, ey. Jetzt haben wir ihn. Ich bin eine Schweine. Oh, da kommt's noch raus. Zocke. Zocke. Ach, wie ist er noch eine Spinne. Richtiges EP-Buch. 10.000 EP. Boah. Was? Wir haben uns voll. Plus ein Gold. Ich krieg'n Gold. Was? Plus ein Gold? Wie 10.000 XP. Das sind ja 10% Erfahrung fürs Level. Mann, der erzählt doch nun Bullshit, als wenn der 10.000 kriegt. Ich hab' grad'n Level abgemacht. Ja. Das gucke ich jetzt nach. Was träumst du nachts? Enrico sagte sie. Ich hab'n neun. Was? Keiner Ahnung. Der ist erst 25. Das sind wir schon längst. Ich hab'n neuen Stab bekommen. Ich bin ja fast schon. Kruxrute. Du hast sowieso ein bisschen mehr Erfahrung aus eigenem Grund. Ich hab'n schweren Münzbeutel. So, jetzt komm' ich wieder zur Kafka-Schucht. Einfach benutzen, dann kriegst du das. Ja gut. Dann können wir ja jetzt starten. Ich hab' gerade die Quest fertig. Man kommt doch hier Zeug jetzt zerlegen, oder? Ja. Ich hab' gerade gesagt. Ich hab' gerade gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020